hallo und herzlich willkommen mein name ist hantic mythos und wir spielen wieder scream collector wie man sehen kann und der bildschirm ist ziemlich voll mit irgendwelchen shit hier mittlerweile war ja echt viel zeug wir können ja auch relativ viel skillen mittlerweile aber guck mal wie viel spiel wir haben und 29.000 alter der trete würde ich hier noch ein paar von den upgrades kaufen aber das lohnt eigentlich nicht soweit machen wir noch können uns nicht mal mehr großartig leisten hier aber interessant wie viel spirit wir schon haben und die werden wir uns jetzt auch zu nutzen machen wir haben das ganze jetzt versechstfacht klopf klopf ist das geil so dann wollen wir mal hier gleich spider in kampf verdoppeln sagte wir machen das immer stück stück für stück jetzt oh mein gott ich kann nicht glauben dass das gerade gesagt hast aber hallelujah ja ihr guckt euch das an hier hat ja ab geht warte mal kurz bis zu 100 mille haben wir dann können wir uns den druck gleich nachholen kann man uns jetzt instant schwarze katzen kaufen dieser billige sound das tut mir sorry aber das musste gerade gut so raus 400 ist noch zu teuer aber wir können hier mittlerweile noch nicht weiter kaufen aber wie schnell alter wie schnell nein ich krieg nicht mehr wurde die fehler maus die fehler maus oder den batman einfangen so ganz kurz koordiniert überlegen und zwar haben wir jetzt hier kitties vervielfältigen katzelvervielfältigen blub 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 die können wir uns hier noch leisten die bitten auf der seite schönheit einkommen austauschen mit spinner replace click bonus sein haus time warp man kann hier halt einfach sinnlose sachen it's a large hard to get price to the also einen großen schwer zu kriegen preis dingens ok also ich würde sagen man könnte das hier mal machen und proben uns mal an was jetzt hier durf anders ist kein plan hier um ehrlich zu sein wir haben hier kein ordentlichen dings drauf nein ich hab ich hab 10 spins und ich bin so behindert in der birne alter wie kann man nur so blöde sein wie kann man nur so blöde sein das lohnt sich weil hier von jedem einer drauf ist trotzdem verkackt man da könnte ich mich wieder erschlagen so dann gibt mir schon mal hier ein grund hier und was zu spielen also diese hier brauchen wir jetzt wir machen jetzt wir können sogar schon 25 auf hexen machen dann kann man bestimmt auch schon 100 hier drauf machen jawohl dann machen wir 50 auf den hier nochmal irgendwann können wir alle insens gehen so richtig instant würde bedeuten man mann startet und klick 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 so ungefähr vielleicht weniger also komisch aber glück 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 so dann fällt mir mal gerade ein ich hätte gerne einen gewissen makro creator starte mal mein freund so öffnen und zwar spooky clicker wird das ding genannt die wiedergabe wurde dieses mal so gespeichert ich fasse es nicht warum dann geht euch mal an wie die zahlen rattern halt jeder aus so much dann haben wir zähne wir schon 25 leisten der machen wir noch schnell weiter können wir jetzt so aber verdammt schnell halleluja hallo julia dann machen wir als nächstes wie sieht es aus mit 50 55 davon hat gehen wir hin geht ja relativ schnell dann machen wir die katzen auf 100 dann machen wir den ghost hoffentlich dann auf 250 das hat schon ein bisschen was vom cheaten muss man ja mal so sagen wie das so schwingt 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 noch vier das kriegen wir wohl so hin machen wir erstmal fertig während unser bonus da oben läuft guckt euch mal wie schnell der balken sich füllt ist der balken immer an der anderen aktuelle level angepasst ist möglich aber wir sind davon als wenn jetzt die katzen nicht fertig werden die gibt es doch nicht zu retarded um die dinge anzuklicken so dann brauchen wir hier nochmal 25 sieht aus mit 100 hier können wir 100 drin kloppen hat nicht erreicht ok danke wir können wochen da drin kloppen dann sollte jetzt vielleicht das zu machen hier die 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 dinger kaufen weil ich für 50 erst mal das einkommen von den zombies erhöhen ja guck mal sind die fertig dauert das dauert dafür eben die verdammt viel kann man also so gesehen nicht meckern so dann kriegen wir gleich die hexen nicht wieder fertig die katzen sind wieder fertig zombie wird diese folge noch fertig wahrscheinlich sagen wir mal so irgendwann ist bloß noch ein akt von endlos warten einfach ich wollte einfach mal krach machen habe ich ja noch nie gemacht so guckt euch das an jetzt vor allen dingen an klicks mache hier ist ja der hammer alter ist der hammer aber so können wir jetzt eigentlich ich glaube jahre wir müssten jetzt damit zeit ist es gehen können sein können aber auch gleich mal jetzt haben wir sein kriegen die hexen sowieso gleich also von daher dann machen wir die scientists hoch genau und zwar jetzt vielleicht nicht ganz so bekloppt aber naja und was kostet uns das nächste 500 b ist dann das nächste erst mal die zehn klicks ist ja ein b mehr so jahr anderthalb doppelt doppelt wir haben wir haben unser weil ich nicht lesen kann ich aber fordert wer nach der zweite journal was waren nicht lesen könnte das geht ja gar nicht ja sind die klicks verdoppelt das heißt die glasse das erst mal so lange durchlaufen bis das verdoppelte fertig ist ne ich glaube das hält sich in vage glaube ich schade das wäre cool wenn das immer schneller werden würde wenn dauernd die dinge an wären das wäre mega cool aber wir schaffen halt wieder einen halben wir haben das ding halb unter ihr dingst ist da und da ihr lang ist schaffen wir tatsächlich das halt ihr wisst schon ihr wisst schon genau aber jetzt ist jetzt schon verdoppelt okay dann nehmen wir mal ein bisschen was durch wird vielleicht langsam was killen müssen da wollen wir 50 ja manchmal 25 ruf geht auch alles nicht 50 und der rest ist zu teuer so eine geistertrap ach so ich muss mit der geistertrap warten bis hier mein geist und wurf taugt nämlich mal an so okay man kann so muss diese geister einfangen alles klar interessant die geistertrap kriegst aber auch nur wenn du die scientists scheinbar gespielt hast beziehungsweise das andere ist das von denen okay das ist sehr interessant wieder irgendwas mehr auf was man achten muss gleichzeitig theoretisch auf alle fledermäuse die rumfliegen ja mal zum pumpkin smashen dann musst du die geister da machen dann hast du die sonne der irgendwo darum also den mond meine die sonne der mond in dem man einfach ist noch meine hüte vor allem haben wir jetzt zwölf minuten hallo geht ordentlich ab hier können wir noch ein bisschen was machen jetzt 50 900 würde lieber das ant abwarten damit war das upgrade kaufen können da klicken wir noch mal dreimal so schnell und das einkommen lobby der komplette einkommen verdoppelt sich genau das ist nämlich nicht weil ich haben will unbedingt deswegen schauen wir jetzt mal einen augenblick das macht sich gut alles wie tage diese diese für diese die sind hier aufzunehmen dann kommt richtig viel mehr raus man hat ja gesehen das war ja mittlerweile schon ein riesen grundstück hier eigentlich ja und wir alle taten alle so dann werden die gleich fertig haben auf jeden fall das wird verbrauchen da klappt jemand ok schnell 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 damit war das mal schnell kaufen können bevor die hexen durch sind geben scheinbar nicht mehr als wir jetzt die gewartet hätte warum nicht ist mir egal was soll's dafür sind so klicks dreimal so schnell wenn wir jetzt noch mal doppelt so schnell kriegen dann ist das echt nice so dann machen wir die widgets jetzt hoch dann geben jetzt auch richtig viel können wir hier bei den bei den katzen 100 können wir nicht können aber nirgendwo irgendwas machen eigentlich weil das alles ein bisschen teuer ist gerade müssen wir wohl noch mal ein bisschen klicker klicker machen damit wir ein bisschen hinbekommen da frage ich mich gerade wo wir dabei sind wir haben doch hier noch zu tun oh ja jetzt müsste es sein arbeit letzter an die sind nicht vorletzt aktiv mit blau dann kommt lila weiß ich ja nicht genau 1 2 3 1 2 1 millionen halloween spirit sammeln und bkw jetzt keine ahnung steht nicht dran aber wir haben ja naja sagen wir 30 k von den dingern 34 kaum ungefähr konnte tinder kommt hin ich denke schon wenn sich die ganzen teuren dinger fertig ist ja cool naja die zombies sind gleich durch kann ich nur 5 t sparen und wir haben noch ein verdoppelkot vorher ich hoffe das reicht zeitlich es wäre echt cool es ist die frage holen wir uns hier ein upgrade den baum vervierfachen oder zombies erstmal die zombies alter die amofa vierfache dauert zwar länger aber wenn die dran sind dann gibt es richtig übel matsch matsch im gesicht ja 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 vor allem gibt es ja auch ein zombie graben interessant okay seltsam ein wenig die menge so dann sparen war die kann wahrscheinlich so oft geklickt dass sie jetzt einfach ganze zeit die sounds macht die kann man ich hoffe die hexen sind gleich fertig flug geklickt club klick 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 also machen jetzt wirklich ganz ehrlich gereus sensresse stopien dann wäre man hatering mal dann zuerst da obwohl wieder soweit gleich so scientists wie sieht es bei euch aus können wir uns schon leisten ist ja mal gucken dass dir dass die die richtig viel wert sind auch relativ häufig upgrades kriegen so wird man wieder ein bisschen sortieren hier mit den zahlen dass das alles wieder gerade bleibt immerhin zwei sachen die drauf eine geisterte einsaugen nein dieser geist ist jetzt mit einer ghost trap halte kommt hier den geist raus oder ich wollte schon sagen weggesaugte t so das ist gerade zahlen das sind gerade zahlen sind alles wieder gerade zahlen außer die kurzen katzen nicht noch mal kleiner mal zack 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 ja alter nerven nicht 5 t für bäume machen wir jetzt 5 t voll das müsste ja noch machbar sein dann kriegen wir trees vervierfachung weil ich mal gucken möchte ist du kannst ja hier drüben du kannst ja hier drüben das ein und ausstellen ob du das sehen willst was die so in anderen sekündlichen sachen nehmen das finde ich irgendwie behämmert um ehrlich zu sein ist der blutzlos für mich gleich kommt in die teuren alter ich merke in die kette verlassen sollen mit dem anklicken jetzt hat er gar nicht mehr auf ich sehe daran liegt aber das ist schön nervig na komm schon jetzt ist nämlich los jetzt gilt es nämlich von oben nach unten alle typen immer stück für stück durch dann gucken wir mal 100 t ist das nächste dauert die lange dauert ein paar minuten jetzt natürlich nicht mehr aber das dauert an sich bloß zehn minuten vielleicht dann haben wir das ist ja nicht wie lange die ihr brauchen das ist ja das was ich so ein bisschen doof finde dass das nicht dran steht ne das wäre ganz cool wenn das dran stehen würde ja gut dann würde ich sagen das war ich heute erstmal dann hoffe ich dass euch gefallen hat wenn ja könnt ihr gerne mal ein like da lassen könnt mir auch gerne abonnieren damit ihr nichts verpasst vor allem wenn ihr neu seid das sind immer sehr sehr günstig so zu machen und ihr könnt auch gerne die kommentare schreiben wie ihr das spiel so findet und was man vielleicht ein bisschen verbessern könnte und ja dann würde ich sagen das war's und bis zum nächsten mal auf wiedersehen